Eine gute Nachricht für alle Männer. Paola Maria trennt sich von Sascha von den Außenseitern. Vor kurzem haben die beiden YouTuber noch über eine Beziehungspause gesprochen, doch jetzt gaben die beiden bekannt, dass sie sich getrennt haben. Wie ihr es im Titel schon sehen könnt, haben wir uns getrennt. Die beiden versicherten ihren Fans in einem emotionalen Instagram-Posting, dass sie weiterhin ein gutes Team für ihre Kinder sein werden. Böses Blut gibt es bei dem Noch-Ehepaar anscheinend nicht.